Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es nur ein kleines Video von mir, aber es beinhaltet eine kleine Überraschung für euch. Und zwar hatte ich letzte Woche ein wunderbares Gespräch mit der Autorin Josephine Gottwald. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal ganz recht herzlich für dieses Gespräch bei dir bedanken, dass du hier warst und wir eine wunderbare Zeit miteinander verbringen konnten. Wer das Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke euch es gerne nochmal unten in der Infobox, auch gerne nochmal hinter dem i, dann könnt ihr da sehr gerne nochmal reinschauen. Ja, wir haben eigentlich so ein bisschen über ihren fünften Band der Eiselefenreihe gesprochen und so über ihr Schaffen und ihre Werke insgesamt. Wie gesagt, schaut doch einfach mal vorbei und lernt die Autorin ein Stück weit kennen. Vielleicht sind hier auch die Bücher genau euer Geschmack und ihr könnt die Autorin quasi damit ein wenig unterstützen. Als kleine Überraschung, wie ich bereits gemeint habe, hat die Autorin mir den fünften Band der Eiselefenreihe hier gelassen, den ich sehr gerne an euch verlosen möchte. Also einer von euch hat die Chance, den fünften Band der Eiselefenreihe zu gewinnen. Ich werde die Teilnahmebedingungen dieses Gewinnspiels unten in der Infobox ja hinterlassen und wenn ihr in den Lostopf möchtet, dann schreibt mir einfach unten der eingeblendeten E-Mail-Adresse ja eine E-Mail und oder hinterlasst einen Kommentar da, dann hüpft ihr automatisch in den Lostopf. Ich würde dann am kommenden Dienstag, also wenn das Video online kommt, das ist auch ein Dienstag, ist der kommende Dienstag, ich blende dann nochmal das genaue Datum ein, würde ich dann auslosen und der Gewinner wird entsprechend benachrichtigt. Ich würde mich freuen, wenn ihr daran teilnehmt und vielleicht auch so die Eiselefenreihe kennenlernt. Dann war es das an der Stelle auch schon von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und denkt an das Gewinnspiel, ihr könnt ein wunderbares Buch gewinnen. Bis dahin, tschüss!